Da oben ist aber auch kein Haken oder sowas? Ja, da war ich schon. Achso, auf dem schlanken Turm hier? Ja, da liegt doch mein Grab schon immer. Da ist aber auch ne Tür, um da hinzukommen, aber... Ja, stimmt. Ah, ich hab nicht ruhig da drüber kommen. Hab ich die mal ausgemacht. Oh. Da war noch ne Tür... Nein! Regeneriert sich Mana? Ja, aber sehr langsam. Ja. Ja, ja. Doch. Das riecht eigentlich ganz gut. Boah, sieht doch cool aus von hier oben. Ja, ich komm da drüben schon rein glaube ich, aber ich sehe nicht genau wo ich hinfliege, weil es da drüben so neblig ist. Ja. 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 Bzw. Ja. Ja. guck mal ganz kurz nur mein Stream rein. Mhm. Meinst du wir brauchen irgendwie Müsel oder Leuchtbewuchs? Ja. Ja. Es ist ein bisschen was da. Ja. Ein bisschen. Ja. 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 Das könnte gehen. Hm. Kann ich jetzt nicht da drauf stehen oder was? ich glaube was da ist nichts weiter das sind so viele mühsel aber ja ich sehe jetzt auch nichts weiter jetzt hier als ich bin jetzt ganz oben so viel nebel also truhe sehe ich keine ich meine man hat einen super überblick über das ganze hier aber die aussicht war es dann auch schon ja aber keine kiste mehr leider oder sowas nix mehr da dann teleportieren wir uns mal weiter oder zum schreinerdienst weil die starten müssen wir glaube ich nicht mehr erkunden das ist die dornenfeste bin ich letztes mal auch angegriffen worden kommt schüttel der erste kürzer wo bist du? ach da das Problem ist die gegner suchen das ist nicht nur das wunderschön 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 sind auch stattbildchen Ich glaube wir gleich Richtung Questmarker, aber ich glaube die meisten haben wir jetzt eh. Entschuldigung. alter nein bist du eigentlich kommst du hier waren wir auch schon ich glaube auch doch ja ich hab schon doch doch wir waren hier schon oder das ich glaube schon dass wir uns hier schon durch nein das ist eine andere anscheinend hier 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 ich wollte nicht bei den sprechfessern stehen bleiben also noch mehr springen hinter uns hinter uns hinter uns hier 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 Klappe. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine Cook-Familie hier. Und hier müssen irgendwo die Schmiede-Werkzeuge sein. Die Schreiner-Werkzeuge, oder? Zu den Säulen der Schöpfung. Äh, ja, ja, ja. Genau. Oh, vorsicht das. Ha. Und den Räumen nebenan ist Lava. Ja, wir können da nicht rein. Oh. Au. Ach, dann müssen wir erst unseren Altar aufwerten. Anscheinend. Können wir das schon? Gute Frage. Den haben. Da ist noch einer. Ähm. Was ist die Schmerz? Bisschen weiter westlich noch. Also ich habe bei dem hier noch keinen Haken dran. Ja, wir können da schon hinschauen. Ich habe da bei den meisten noch keinen Haken dran. Tests der Fähigkeiten habe ich auch noch nicht. Was? Also. Ich flieg mal zu dem, flieg hier mal mitten rein einfach. Woher? Oh! Oh! Oh. 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 Okay. Auf jeden Fall. Lebt das Ding da hinten wieder? Oder noch? Keine Ahnung. War das das, das ich alleine gemacht habe? Könnte sein, oder? Vielleicht respawnen die immer... Ne, hier war ich doch auch schon drin. Sind wir doch nicht gestorben einmal in der Lava oder sowas? Ich meine, das ist das, wo ich so dumm... Wo das Scheiß Löcher um das Teil rum sind. Oh, hinter dir. Das ist ein bisschen was, ne? Auwala. Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht stören. Oh nein, ich wollte blauen. Der hat jetzt damage gemacht. Aber ich hätte dich doch... Ja, ich wusste nicht, wie weit du weg bist. Ist ja nicht so weit. Ups. Oh. Oh. Okay. Oh. 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 Das war dann mehr ruhig. Hey, wie kommt man da rauf? Das ist eine gute Frage, das überlege ich auch gerade. Oh, shit. Das ist hier ja kein richtiger Weg. Also ich bin oben, aber halt wieder mit so einer... Das ist genau die Stelle, an der ich schon war. Hilfe. Ah, da riecht es auch. Hilfe. Na, aber da kommt man nicht hoch. Oh, nein. Oh, das ist alles gut. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh. von der 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 hat hier ist kein wirklicher wie nein du musst von der anderen seite ich muss das ding leider gleich weg machen ich glaube ja ja ich glaube ich habe schaden gemacht dann mache ich es jetzt kaputt, oder? mhm jo hast du einen skillpunkt bekommen? jo wo? nee ah ich habe keinen mehr bekommen du hast keinen bekommen? ne ich habe ich habe ich hatte das achso du hast das ich bin mir sicher das war das wo ich alleine war und in dem scheiß buch zu oft gestorben bin ja ja ich warte der geist kommt auch gar nicht mehr, ne? also ich habe noch einen elixierbrunnen offen den genau westlich von hier ja, den habe ich auch gemacht teleportieren wir uns zum zuhause 1 oder und und zu dornfest ja, ich habe überlegt gehabt, oder wir versuchen von der düsterdecke gicht warte rüber zu fliegen, weil ich glaube das ist das gebirge dazwischen achso kann natürlich sein, dass wir durch die höhlenpassage durchkommen, aber ich weiß nicht genau wo der reingang ist mal beides probieren ja lass mal zuhause 1 machen welches? ja, das ist direkt daneben das ist wo die ganzen gegner wahrscheinlich schon wieder gespawnt sind ich weiß noch nicht genau wo wir da hinlaufen müssen genau so 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 Vielen Dank.